Leider ist die negative Auswirkung der Erdanziehung von Schwangerschaften und Gewichtsabnahmen an der Brust sehr stark ausgeprägt. Um eine dauerhafte Formstabilität zu erzielen, kommt der sogenannte innere BH zur Anwendung. Sei es die Brustverkleinerung oder Straffung, hierbei wird aus der überschüssigen Lederhaut ein innerer BH als stabiles Gewebe benutzt, um der neuen geformten Kruste dauerhafte Formstabilität zu verleihen. Alle Brustoperationen werden in narbenarmer Technik durchgeführt. Damit die Narben so fein wie möglich werden, kommt ein spezieller Faden mit Widerhacken zur Anwendung. Ihren Klinikaufenthalt in der Ateo-Klinik gestalten wir angenehm und professionell ohne eine typische Krankenhausatmosphäre.